Die MHP-Riesen sind derzeit ja fleißig unterwegs. Immer an unserer Seite sind aber auch die Fans. Wir haben deswegen mal die Chance genutzt und den Fanclub Dunkin' Dukes bei der Auswärtsfahrt nach Ulm begleitet. Bereits um 11 Uhr geht es auf dem Parkplatz der Rundsporthalle los, Namen werden gecheckt und nach dem Einstieg in den Bus gibt es auch gleich eine ordentliche Begrüßung. Dann geht der so ein Teil, oder? Danach geht es im Tiefflug in Richtung Ulm. Die Stimmung im Bus ist entspannt bis gelöst. Viele sind nicht das erste Mal dabei, aber auch das gibt es. Das ist jetzt schon meine sechste Auswärtsfahrt. Ich bin einfach gern mit Gleichgesinnten unterwegs, gern mit den anderen Ludwigsburg-Fans und ich sehe einfach auch gern andere Hallen. Gucke, wie da die Stimmung ist und es macht einfach Spaß mit den anderen zusammen zu sein. Das ist meine erste Auswärtsfahrt und ich bin auch dabei, weil es ein Derby ist und das ist immer das Beste. Und nicht nur daheim, das zu erleben. Bei mir ist auch die erste Auswärtsfahrt. Warum sind wir hier? Weil er uns überredet hat. Aber ja, wir sind gut drauf. Wir gucken mal, was passiert heute. Das ist meine zweite Auswärtsfahrt diese Saison und nach langer, langer Pause überhaupt mal wieder eine von zwei Auswärtsfahrten. Mir macht es mega viel Spaß hier in dem Kreis der mega netten Leute das Team zu unterstützen, auch mal auswärts dabei zu sein. Also bei mir sind es ziemlich viele Auswärtsfahrten, diese Saison jetzt nicht so viele. Warum ich dabei bin, ist einfach ganz klar, das Team zu supporten. Die Dukes sind für mich so eine Art Familie. Und mit den Jungs und Mädels hier im Bus zu sitzen, gehört dazu, ist eine Herzensangelegenheit. Und natürlich wollen wir halt heute zum Beispiel auch immer schlagen. Organisiert werden die Auswärtsfahrten übrigens von den Fanclubs selbst. Ja, wie machen wir das so? Erstmal machen wir am Anfang der Saison eine Runde, dass wir alle Vereine anschreiben, dass die uns die Ticketkonditionen zuschicken. Dann führen wir schöne Listen, bereiten schon mal die ganze Werbung vor und stellen das dann halt immer regelmäßig und rechtzeitig, hoffentlich genug in Facebook online, nehmen dann die Anmeldungen entgegen, und tun dann in der Halle nochmal alle darauf ansprechen, dass auf Jahr viele mitkommen und tun dann zwei Wochen vorher die Tickets bestellen. Genau, und dann auch noch gegebenenfalls Busse organisieren, je nachdem, wo dann auch die Auswärtsfahrten hingehen. Also jetzt nicht nach Oldenburg zum Beispiel, weil da haben wir halt nicht so viele Anmeldungen, aber dann wie heute zum Beispiel nach Ulm, da macht es auf jeden Fall Sinn, einen Bus zu organisieren. Bis auf die Auswärtsfahrten in den hohen Norden sind die Dukes fast immer mit dabei, um die Mannschaft zu unterstützen. Bis zu zehn Auswärtsfahrten kommen so pro Saison zusammen. Mitfahren kann dabei jeder, der Lust hat. Mitfahren können natürlich alle. Alle Interessierten, alle die Bock haben, auch mal die Mannschaft auswärts zu unterstützen. Wir sind nicht so, dass wir sagen, du darfst nicht mitfahren. Bei uns sind alle immer herzlich willkommen mitzufahren. Kostentechnisch kommt es immer ganz darauf an, wie die Tickets tatsächlich vom gegnerischen Verein angeboten werden. Da kann man pauschal nicht sagen, kostet zwischen 10 und 25 Euro pro Partie. Dann kommt es darauf an, fährt ein Bus, muss man selber anreisen. Wie man uns erreichen kann, sehr gerne über Facebook. Ansonsten haben wir auch noch unsere schöne Auswärtsfahrten-E-Mail. Oder einfach in der Halle direkt vor Ort ansprechen. Der ein oder andere hat natürlich auch schon unsere Handynummer. Da gerne auch immer wieder drüber. Am besten aber einfach nur eine E-Mail schreiben an auswärtsfahrt-dukes.de In Ulm angekommen, wird dann erstmal die Lage gecheckt. Die Unterhaltungsmöglichkeiten getestet. Und natürlich wird das eigene Banner ausgerollt und aufgehangen. Jetzt sind wir hier in der Halle in Ulm und ein Teil ist noch draußen rauf und der eine Teil, der bleibt hier. Schaut, dass die Trommeln nicht wegkommen, dass unser Staff hier vor Ort noch bleibt. Und das wird einfach gechillt bis kurz vor Zipper. Und dann wird das wie ein Heimspiel hier vor den Stadten gehen. Dann beginnt auch schon das Aufwärmprogramm, auch für die Fans. Nach den letzten Vorbereitungen und Selfies geht es dann auch schon los. Das Licht geht aus und die Trommeln legen los. Und natürlich darf auch das obligatorische I Believe vor dem Spiel nicht fehlen. Während dem Spiel gilt die Konzentration dann komplett dem Spielgeschehen. Bei den Riesen läuft es dieses Mal allerdings nicht so richtig rund. Umso wichtiger ist natürlich die Unterstützung. Aber wie sind die Fans jetzt überhaupt zu waschechten Dukes geworden? Das ist eine gute Frage. Vincenzo und ich haben irgendwie angefangen, einfach zu den Spielen zu gehen. Uns hat die Stimmung so mitgerissen. Und ja, deswegen sind wir dann immer öfters auch noch ganz normal mit Sitzplätzen. Und abseits vom Schuss oder von den Dukes sozusagen sind wir einfach noch zu den Spielen gegangen am Anfang. Und irgendwann bei dem Auswärtsspiel, ich meine, das war die erste Saison Champions League. Da waren wir dann in Berlin. Und da sind wir dann so zu den Dukes, zu den Trommeln mit dazu gestoßen. Und dann war es so in uns geschehen. Und für mich so als Frau, ich bin einfach gerne mit dabei. Ich stehe gerne mit vorne. Einfach um zu zeigen, hey, es ist nicht so wie im Fußball, dass sich da geklopft wird oder sowas. Sondern wir sind ganz normale Menschen. Du kannst mit uns ganz normal reden. Und ja, es macht einfach Laune. Doch warum nehmen die Dukes diese ganzen Strapazen eigentlich auf sich? Ein Erklärungsversuch. Ganz ehrlich? Nein. Keine Ahnung. Es ist tatsächlich schon eine Art Lebenseinstellung und auch Lebensgefühl. Einfach mal mitzufahren hier in Ulm. Stimmung zu machen. Sogar teilweise zu versuchen. Und wir sind auch dabei erfolgreich, einfach mal lauter zu sein wie die Haimfans. Es gibt einfach keine richtige Erklärung dafür. So wie unsere Mannschaft auch immer versuchen will zu gewinnen, so wollen wir natürlich auch immer laut gehört werden von der eigenen Mannschaft in den fremden Hallen. Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es dann wieder weiter. Doch die Riesen schaffen es dieses Mal leider trotz der Unterstützung nicht und verlieren am Ende unglücklich mit 84 zu 77. Enttäuscht aber mit erhobenem Haupt geht es auf die Heimreise. Und nächstes Mal wird wieder mitgefahren. Dann klappt es sicherlich auch wieder mit dem nächsten Sieg. field.